Was machen wir hier? Es gibt ein Haus neben dem Projekt, wo das Projekt seine alten Rekorde hält. Wir werden unser Vergangenheit verletzen. Du kannst das Vergangenheit verletzen, Leo. Komm schon, wir brauchen Kohle. Ritual cleaning. Nee, cleansing. Ah, egal. So, jetzt sind wir wieder sechs Jahre in der Vergangenheit und wir spielen wieder als Leo. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Manhunt 2. Ja, viel kann ich jetzt bisher noch nicht sagen. Wir müssen mal gucken, was wir hier machen sollen. Wir haben schon mal eine Exekutionswaffe. Und dort drüben ist jemand. Ja, die kriegen wir schon. So. Ach, passt ihm nicht. Ach, das ist aber schade. Kleiner Hurensohn. So, ich stech dich dann ganz einfach ab. Hier, du scheiß Trucker-Gastankstellenbesitzer. Alter. Junge, äh, hast du den Boxwein trainiert oder was? Oh, komm schon, ey. Ich fick dich von vorne bis hinten. So. So, jetzt bist du am Ende. Das hast du ja selbst zuzuschreiben. Wer bereit ist, ein Benzinkanister mit seinem Leben zu verteidigen, der kann aus meiner Sicht nicht ganz dicht sein. Aber egal. Wir haben jetzt das Ding. Mal gucken, was wir damit so machen müssen. Benzin. Hm. So, ich glaub, ich nehm jetzt schon den achten Part von Manhunt 2 auf. Und wir sind ganz gut in der Zeit. Ich frage jetzt nur, wie exekutiert man denn mit dem... Ich hab deine Beine. Ich glaub, diese Böcke wissen sogar, wer es schuldig ist. Es ist blöd, dass ich keine Waffen hab. Dieses Level ist total scheiße. Ich weiß schon genau, was mich hier wieder erwarten wird. Und es wird furchtbar. Und ich bin jetzt wieder down. Super. Ich glaube, er ist tot. Ja, ist klar, dass es schief geht. So, jetzt roll ich erstmal wieder diese Glassplitter. Ich brauche seinen Gasplatten. So, diesmal bin ich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ich werde ihn umbringen. Und zwar ziemlich brutal. Na los. So. Ui. So. Das hast du ja selbst zuzuschreiben. Wer mich so mies behandelt bei so nem miesen Service... Ne. Can we execute... Use to execute hunters. Okay. Ähm... Ähm... Okay, das hab ich grundlegend verstanden. So, ich mach den Kerl jetzt auf mich aufmerksam. Ich nehm mal an, dass er mich dann hier nicht sieht. Es endet hier. Wir haben ihn. Renacops. Ich wüsste, dass diese Suckere sogar wissen, wer sie bezahlt hat. So. Yeah, so läuft das. Wir haben ihn bei lebendigem Bleibe angestellt. Ah, das ist noch ein zweiter. Können wir den auch hierher locken? Ja. Jetzt sieht er wahrscheinlich die total verkohlte Leiche. Ist der so dämlich? Okay, dann leidest du eben das gleiche Schicksal. Hehehe. Lebendig verbrennen muss zwar einer der grausamsten Tode sein, die es überhaupt gibt, aber... Tut mir leid, ich hab eben keine andere Exekutionswaffe, sonst würde ich... Oh. Ein Schlagstock. Das ist aber schön. So, jetzt nimmst du weiterhin diesen blöden Kanister, weil wir den ja von Pontius zu Pilatus schleppen müssen. Geht ja dummerweise nicht anders. Ach ja, und da fällt mir nochmal ne grundsätzliche Sache ein. Also, jemand hat mir gesagt, zwar nicht per PN oder per Kommentar, was ich hätte löschen müssen oder so, dass meine Art Videos zu machen geschmacklos sei. Also, dieser Let's Play ist vor allem von diesem Spiel. So, an dieser Stelle eine ganz klare Meinung von mir. Wem es nicht gefällt, der soll es einfach nicht sehen. Und diese Meinung für sich behalten. Ich finde, meine Videos sind eine Art Kunst. Let's Play ist eine Art Kunst. Und wer meint, das sei scheiße, kann ich seine Meinung nicht ändern. Tut mir leid. Aber, ähm, ich werde trotzdem weitermachen. Das lasse ich mir nicht wegnehmen. Mehr Deliveries? Man, es hat nicht so eine Woche gemacht. Ah, sie haben nur gecheckt, dass wir wissen, wie wir das Intruder Lockdown-System benutzen. Das ist die Schöne. Warum? Haben sie jemanden erwartet? Das ist der übliche B.S. Also, es wird auch ein Feuerdrill am Freitag. Okay. Ein Feuerdrill, oder? Vielleicht müssen wir ihnen das richtige Ding geben. Tja, ich würde sagen, machen wir einen echten Alarm. So, aber ich glaube, die werden jetzt hier gleich rausspazieren. Deswegen sollte ich ja erstmal mit dem Schlagstock gucken. Habe ich ihn noch rausgerüstet? Ja, die Feinde sind da drin. Ja. Ich muss verhindern, dass sie diesen Panik-Alarm drücken. Das darf auf keinen Fall passieren. Sonst gilt das Ganze als verloren. Ich weiß nicht, ab wann ich wieder einsteigen müsste. Dann versuche ich es doch erstmal mit dem Kanister. So. Okay. So, einfach mit Benzin übergießen. Anzünden. Jo, wir verstecken uns, weil so ein Feuer bleibt ja nicht unbemerkt. So, dann nähern wir uns dem mal. Ich glaube, es ist der Einzige. Das heißt, ich darf ihn nicht zum Alarm durchlassen. So, das war's mit dir. Brauchst nicht so rumjammern. So, dann drücken wir da mal drauf. Dann öffnet sich das Tor. Okay. Und jetzt müssen wir ja noch irgendwie... ...weiterkommen. Oh, was war denn da? Schön. Hier sind garantiert Feinde. Ja, natürlich. Sogar näher, als mir lieb ist. Ich glaube, in den Containern kann man sich aber gut verstecken. Ja, kann man. So, das war's für ihn. Ah, da hat mich jemand bemerkt. ...beziehungsweise meine Aktionen. Hier liegen Glasflaschen. Einen Rasierer, meine ich, auch noch gesehen zu haben. Also eine Rasierklinge, kein Rasierer. So, das ist für dich. Das war's für ihn. Ja, hier ist eine Rasierklinge. Ich weiß ja nicht, ob ich sie bevorzugen sollte. Ja, ich nehm sie einfach mal. So, den letzten möchte ich auch gern noch exekutieren. Die Frage ist nur, wo genau ist der? Ist hier irgendwo eine Ecke oder so? Jo, ist es. Dann locke ich den einfach mal hierher. Das ist eigentlich recht praktisch, dass man mit Schlägen auf irgendein Gegenstand... Ach du Scheiße. Jetzt sind's ja zwei. Hm. Das erschwert die Sache enorm. Dann nehm ich einfach mal an, dass die sich bald abwenden, weil sie nicht wissen, wo sich was getan hat und sie mich hier nicht sehen. Ja, und dann dürfte die Exekutionsschlacht weitergehen, nehm ich mal an. Ja, durchsuchen die jetzt allen Ernstes, deswegen... Eine Rasierklinge umbringen ist auch schön. Das ist richtig schön grausam. Das brauchen wir ja für dieses Spiel. Ja, okay, ich gebe zu, Manhunt 2 ist in Sachen Brutalität wirklich schon sehr harter Tobak. Oh ne, der hat mich allen Ernstes gesehen. Aber wie gesagt, ich zwinge niemanden, das anzusehen und ich habe bereits im ersten Part gewarnt, wer Gewalt nicht abkann oder sowas, der soll's nicht sehen, ganz einfach. So, jetzt wird er sich wegdrehen. Schwerer Fehler. So, das war's mit ihm. Lupen rein, die Kehle durchgeschnitten. Die Frage ist jetzt, wo ist dein Kollege? Wo ist der? Ah, da vorne. Frage ist nur, wird er sich jetzt irgendwo hin umdrehen, oder? Nein. Ja, er wird mich sehen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 los. Du hast hier niemanden. Ich habe dich. Du hast vergessen, dich zu rasieren, mein Freund. Das können wir doch nachholen, oder? Ups. Ja, du musst wissen, ich habe die Friseurbildung leider nicht abgeschlossen. Das kann ja mal passieren. Gerade weil ich das mit Kunden hier gemacht habe. Deinem Kollegen, vorhin habe ich ihn noch aus Versehen die Kehle beim Rasieren durchgeschnitten. Ist das zu fassen? Ich bin vor Gericht gegangen, um meine Klage durchzusetzen. Aber es hat nichts gebracht. Warum wohl? Nein, egal. Okay, es gibt wieder einen Checkpoint. Mehr Feuer. Jetzt, wenn ich nur ein paar Papier finden kann. Okay, wir können diesen... Dieser LKW steht nummerweise sehr, sehr doof. Das heißt, wir müssen hier durch. Ah, die Tür ist verschlossen. Ja, was machen wir jetzt? Ich muss mich kurz orientieren. So, die Tür ist verschlossen. Hier ist Schatten. Kann man hier drüber klettern? Ja, kann dann. Das heißt, ich werde erstmal ohne den Kanister weitermachen müssen. Ah, da hat mich einer bemerkt. Mann, die sind echt... Ich versuche es mal nur noch mal grausamer bei ihm. Ja. Boah. So, das war es mit ihm. Ähm, ich glaube, das ist aber nicht der Einzige in diesem Laden. Da drüben ist wie so ein Totenkopf. Das heißt, eine feste Exekution ist möglich. Ähm, gucken. Eine Kreissäge. Ja. Ich glaube, dieser Rasierer ist aber besser. Ah ja, Stromkasten. Auch nicht schlecht. Medizin brauche ich nicht. Ah, ich muss die Tür mit irgendwas aufkriegen. Sprich, eine Schusswaffe oder ein Brecheisen. Da ist jetzt nur die Frage, wo ist das Brecheisen? Der Typ, den ich vorhin umgelegt habe, hatte, glaube ich, einen Schlagstock. Das heißt, ich muss noch tiefer rein. Ab hier wird es jetzt, glaube ich, schwer. Die Stellen kenne ich noch. Hier wird es schwer. Hier kann es auch sein, dass ich ausraste. Dummerweise weiß ich jetzt wieder nicht, wie viel Zeit der Part bisher gekostet hat. Ähm, ja. Ah ja, perfekt. Da ist eine Brechstange. Und wir müssen diese Denny's und Leos Files zerstören. So. Ich glaube, die Watchdogs laufen hier mit Elektroschockern rum. Das macht die Sache nicht gerade leichter. Im Gegenteil, so ein Elektroschocker ist für uns hochgradig gefährlich. Komm, klettern nach oben, Leo. So, jetzt müssen wir nach Feinden Ausschau halten. Die hier garantiert sind. Und weil das Spiel fies ist, ist es eben nicht sofort vermerkt. Das Ding hier macht unablässig Krach. Das passt mir auch nicht. Okay, da ist einer. Dann locken wir den mal hierher. Komm schon. Komm schon. Ich will dich umlegen. Ist kein Geheimnis. Ich habe noch einen Kugelschreiber. Nein, die Rasierklinge ist so lustig. Nehmen wir die. Oder obwohl diese Einmalwaffen, das muss man ja auch mal nutzen. Ja, war klar, dass er mich sieht. Das ist eigentlich gar nicht mal so anspruchsvoll. Aber mit dieser schlechten Maus-Sensibilität ist das eine Herausforderung. Ja, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. So, das war's für dich. Und damit eventuelle Kollegen dich nicht entdecken, würde ich einfach mal vorschlagen, was ich irgendwie die ganze Zeit nicht nutze, aber was man eigentlich tun sollte, dich im Schatten verstecken. So, ich komm da dummerweise ohne Brechstange auch nicht rein. So, ich logg die jetzt alle hierher, lass sie hier umbringen. Wo ist nochmal, wie kommt man da nochmal ran, das weiß ich gerade nicht. Ich habe aber erst dann Zeit, mich umzugucken, wenn ich die Feinde hier alle getötet habe. Klingt logisch, oder? Nein, du kontrollierst jetzt nicht, ob ich hier drin bin. So, der ist auch erledigt. Ich frage mich, warum sind eigentlich diese ganzen Tötungsgeräusche und so her? Mussten die da Leute wirklich umbringen bei Rockstar Games, oder? Ich bin mir sicher, das sind nicht die einzigen gewesen. Hier gibt's mehr, da bin ich mir ziemlich sicher, aber... Na, wie kommt man dann... Wo ist das nochmal mit der Brechstange? Das hier ist alles zu, das ist alles zu. Ähm... Ist das da drüben vielleicht offen oder so? Ne. War klar, dass das nicht offen ist, aber vielleicht... Gebäude haben doch immer so eine Schwachstelle oben, ja. So, das ist gut. Rasierklinge austauschen gegen Brechstange. So, und dann können wir auch diese Dinger hier öffnen. Das ist ungemein nützlich. Jetzt müssen wir... Ah, diese Türen machen Geräusche, wenn man sie betritt, darauf müssen wir später achten. Hier sind alle tot. Die habe ich ja alle meisterhaft umgebracht. Ach, das ist ein Metalldetektor, jetzt weiß ich, was das ist. Vielleicht löst er ja nicht aus, wenn man die Waffe nicht bei sich trägt. Doch, der löst aus. Ähm... Da ist wieder unser Benzinkanister. Den müssen wir mitnehmen. Das konnten wir ja nicht, weil die Tür hier abgeschlossen war. Doch nun ist sie das nicht mehr, das ist gut. Mensch, ich hätte mich auf diese Stromexekution hier gefreut, aber ich habe das dummerweise nicht gewusst. Hier ist auch genug Schatten, um sich zu verstecken. Aber das Spiel lässt einen dann doch freiräumen, wenn man bedenkt. Also, dass man im Schatten zum Teil überhaupt nicht entdeckt wird, das ist schon ein bisschen... Naja, sagen wir es mal so, unrealistisch. Aber das Spiele sind ja selten realistisch. Es wäre ja auch schade, wenn es so wäre. So, das sind Leos. Meine Güte, wie viele Akten sammeln die eigentlich über einen an? Das wundert mich so ein bisschen. Tja, jetzt löst überall die Sprinkleranlage aus. Und die Watchdogs kommen. Ganz toll. Wie behindert sehen die eigentlich aus? So. Okay, jetzt müssen wir uns eine neue Gas-Dienstleer beschaffen. Die laufen alle in meine Richtung, das ist scheiße. Ich habe hier doch noch einen Gegenstand zum Ablenken. Ich habe nur noch die Brechstange als Waffe. Ich frage es, jetzt sieht mich jemand, wenn ich den umbringe, oder... Okay. So, das war es mit ihm. Schön wieder in den Schatten. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, mich hier groß mit den Watchdogs zu prügeln. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Vor allem, weil die meines Wissens Elektroschocker haben. Ja, ich habe auch einen auf dem Rücken. Fällt mir jetzt... Oh, wohl. Dann locke ich den mal hierher. Nimm den Elektroschocker in die Hand. Mit dem kann man nämlich viel besser kämpfen. So. Da ist er auch schon. Jetzt muss ich... Nein! Kommst du mal runter, du feige Sau! Ja, so ein Elektroschocker ist zum Töten auch ziemlich gut geeignet. Nicht nur als Exekutionswaffe. Denn dieser... Kann ich dich mal auch aufnehmen? Danke. Schocker sorgt auch dafür, dass der Feind direkt zu Boden geht. Und das ist sehr, sehr nützlich. Denn wenn der Feind erstmal auf dem Boden liegt, hat er eigentlich keine Chance mehr. So, dann können wir das Ding hier auch mal öffnen. Wir öffnen jetzt nur der Vollständigkeit halber, damit ich immer mal so ein paar Auswege habe, falls ich irgendwie in Bedrängnis komme. Okay, die Tür ist wieder verschlossen. Scheiße, da kommt einer. Da kommt einer. Ja, er dreht sich um. Na toll, jetzt bin ich diesmal der Verlierer gewesen. Hör auf, auf mich zu treten wie ein Kind. Na jetzt, wo es zwei sind, habe ich endgültig verloren. Oder doch nicht. Das ist der scheiß Metalldetektor. Er steht mir total im Weg. Mann, wie die kleinen Kinder, ey. Halt die Fresse, ja. Mal gucken, kann ich die abhängen? Muss so möglich sein, die abhängen, abzuhängen. Ja, toll, hier ist kein Schatten. Ja, jetzt habe ich endgültig verloren. Natürlich haben sie mich ja gehört, obwohl ich keinen Laut gemacht habe. Ich kann die Zeit echt schwer einschätzen, deswegen würde ich sagen, beende ich jetzt einfach mal hier den Part und mache dann im nächsten Part weiter. Bis dann. Ja, aber ich kann die große Liebe. Ja. Ja. Ja.